Das ist aber schön, da wollte ich die Lesebrille nicht für. Ja, das ist aber doof jetzt, ne? Habe ich nicht für, habe ich gesagt. Habe ich nicht. Ihr müsst euch mal die Füße waschen und keine Dreck in den Ohren nachrutschen. Da versteht ihr mich ja wieder. Ja, ich bin Ihnen doch nicht so willkommen. Ich hoffte, Sie haben ohne Wuschel. Baby, kann er ein, in Serfine. Ob er das checkt? Ja, die Frage ist, wie das schon nicht zu sein, aber ich glaube, dafür was... Wie, da meinst du, wir testen den Laden da drüben, den neuen Laden? Den Laden, die tippen da. Ja, aber so richtig am Tisch, also nicht auf jeden Fall. Nein, ich möchte mal so nichts mit dir da essen. Ich schlemmen. Ja, mit allem Pippen und Pappen dran. Ja, aber wir begleiten dich, ne? Acht Sachen, da fang ich nicht unbedingt mit einer Schweinshapse an. Warte, aber weniger, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Danke, 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 danke. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Das ist immer noch. Ja, danke. Ja, danke. Auch da Sie kommen. Hallo, Frau Magen. Hör mal, Sabine. Hallo. Hör mal, Sabine. Häng nicht nur noch hinten hin. Hör mal, Frau Marmelade. Was ich nur sagen wollte, ist, da darf ich nicht den kleinen Siggi zeigen, ne? Also, ich widerstehe. Der echt untersteigt jetzt ja genau das, was er mir sagt, ne? Ich habe gerade gesagt, jetzt nur Sabine, ich sag mal, das macht er gerne eine Erdbeere. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Gut. Hast du jetzt alles? Ja, hab ich alles. Gut. Ja. Ja. Super. Ja. Das ist übrigens, äh, hast du noch irgendwie auf YouTube diese Videos gesehen von, äh, von, äh, der Rekopfahl? Ja. Das ging ja jetzt. Ja. 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 Du musst es schon wieder? Ja.